Ein Spitzenkandidat, Axel Kittel und sechs Ersatzkandidaten. Mit dieser Mannschaft geht die PFF für die Europawahl ins Rennen. Diese Liste sei ein idealer Mix aus Angestellten und Selbstständigen, so die Partei. Mehr Gewicht für Europa lautet das Motto auch von Axel Kittel. Seiner Ansicht nach kann ein Vertreter aus der DG in einem starken Verbund mit der MR und der WLD sowie allen anderen Parteien der Allianz der Liberalen und Demokratinnen in Europa vieles bewirken. Der Europaspitzenkandidat der PFF ist sehr zuversichtlich, das Rennen zu gewinnen. Ich rechne mir gute Chancen aus, wenn zwei sich streiten, weil man versucht ja zu sagen, dass das Rennen zwischen zwei Parlamentariern, Pascal Arimond und Herrn Schöpkes, laufen wird. Wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte und ich hoffe, der lachende Dritte zu sein am Tag der Wahl. Wichtig ist dem Kandidaten vor allem, dass ein Europaparlamentarier auch für die deutschsprachige Gemeinschaft präsent ist. Für mich ist wichtig, dass die DG an den Schaltstellen vertreten ist, dass man also die Ideen oder das, was in der DG lebt, nach Europa trägt, dass man aber auch den Bürgern der DG Europa zurückbringen kann, weil man redet immer wieder davon, Europa, ja wir müssen unseren Pass nicht mehr zeigen und wir haben eine Einheitswerbung, aber das ist nicht das Einzige, das wir haben. Es ist in Europa viel erreicht und es steht auch noch viel auf dem Programm und das muss zurück und das möchte ich auch von Europa in die DG tragen. Er stehe für ein Europa, das die Schaffung von Arbeitsplätzen ermögliche, für einen vereinten Justizraum und eine europäische Staatsanwaltschaft, aber auch für eine geeinte europäische Außenpolitik. Wichtig sei ihm auch, dass die Interessen der Landwirte und der Verbraucher sich begegnen könnten. Meine Schwerpunkte werden die rechtliche Zusammenführung Europas sein, die Rechte der Bürger weiter ausbauen, weiter vertreten und die rechtlichen Prinzipien vorhersehbar zu machen. Es kann nicht angehen, dass wie es heute noch passiert, in Belgien eine Entscheidung getroffen wird, die man dann in einem Nachbarland nicht anerkennt oder umgekehrt, die Rechtssysteme funktionieren gut und der Bürger muss im Voraus wissen, was er erwarten kann und was er nicht erwarten kann. Als Ersatzkandidaten treten Patrick Thewissen aus Lonsen, Stefanie Schiffer aus Eupen, Susanne Schepers aus Kelmis, André Britz aus Hauset, Cecil Pfeiffer aus Büllingen und Gregor Freches aus St. Vitt an. Und in jedem zwei Minuten zuerst mal umgekehrt.